Ahoi und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Infovidee. Einmal freue ich euch nämlich für den nächsten Drop. Und zwar sehen wir nämlich hier den nächsten Comic Drop für den Montag. Und das wird in dem Fall hier Spotlight Hashtag 5 sein mit exklusiven Rare und Ultra Recoveren bei Valerio Giordano. Das Ganze wird um 17 Uhr deutscher Zeit wie immer im Blindbox Format dropen. Und das ist in dem Fall ein ganz besonderes Comic, denn es ist nämlich Johnny Blaze First Appearance. As a Ghost Rider, The Spirit of Vagans. Und das ist, so wie ich mich jetzt jedenfalls auch informiert habe und aus dem ich gesehen habe, ein super interessantes Comic. Was die Verteilung der ganzen Comics angeht, sehen wir hier eigentlich ein ähnliches Muster. Wie immer 30.000 Stück Verteilung in dem Fall hier auch. Ja, wie immer eigentlich. In dem Fall ist das hier nur das Wichtige, dass es auf jeden Fall hier auch die First Appearance of Ghost Rider ist. Aber das habe ich eben schon angesprochen. Und wenn man sich hier auch mal die Preise anschaut bei, in dem Fall Go Collect, dann sieht man in dem Fall hier bei Marvel Spotlight Hashtag 5, by the way, bei Stan Lee hier auf jeden Fall, ein sehr interessantes Preisgeschehen. Wenn man sich hier mal die ganzen Preise anschaut, dann sieht man auf jeden Fall schon, ja, selbst für eine 2,0 bezahlt man auf jeden Fall, so wie ich das jetzt hier sehe, 825 Dollar. Und das ist natürlich schon nicht ganz ohne. Und ja, auf jeden Fall, meiner Meinung nach, so wie ich das jetzt hier auch sehe, ein super interessantes Comic. Und wenn man sich mal auch die Cover hier anschaut, dann sieht das auf jeden Fall hier auch schon sehr, sehr cool aus. Ich muss sagen, das Common gefällt mir hier auf jeden Fall am besten. Ich finde aber auch tatsächlich hier die Ultra Rare sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich wünsche euch natürlich dort, was das angeht, sehr viel Glück. Und das war es jetzt dann auch schon wieder mit diesem ganz kurzen Infovideo einmal zu dem Drop für den Montag.